ja hallo liebe freundinnen und freundinnen des fantastischen ja ich bin hier gerade mit marie und der prinzessin lea zwischen heiden und regen im westmünsterland auf einem grab lea ist ja gut auf einem grab und zwar heißt das teufels steine und lea fiept rum ich muss mal absetzen augenblick ja und dann sitze ich hier auf den sogenannten teufels steinen einen steinzeitlichen megalith grab und haben spontan gedacht wir machen mal ein video die qualität ist wegen dem handy wie viel mit handy ja und das ist aus der trichterbecherkultur das ist so ab 3400 vor christus also diese anlage ist so 5000 jahre alt oder vielleicht etwas älter hier wurden ein paar knochen gefunden tonscherm von 20 verschiedenen gefäßen eine kupfer rolle das war besonders interessant dieses kupfer stammt nicht von hier aus dem westmünsterland sondern aus süddeutschland wurde also importiert hier nach heiden in die region heiden kreis borken ist das übrigens ja und dieses grad hier ist etwa elf meter lang glaube ich und es heißt übrigens teufels felsen weil damals ein paar jahrhunderte nach christus bei der christianisierung von mitteleuropa natürlich alles was aus der vorzeit stammt von irgendwelchen völkern sei es kelten in frankreich oder irgendwo eben nicht christliche völker heiden weil alles sofort teufelszeug war vielleicht habt ihr schon mal gehört von der sache viele alte kirchen in eigentlich ganz europa stehen auf heidnischen kultplätzen man wollte damit quasi den christlichen gott drauf drücken auf die heidnische kultur um sie auszulöschen ja und so ist es dann auch dass diese steine eben teufelsteine heißen weil der teufel war damit im bunde weil es ja eben heiden waren ja auch diese anlage jetzt beziehungsweise was man hier gefunden hat an grabbeigaben wirklich 5000 jahre alt sind ist schon so eine sache ich habe mal in dem startvideo vor exakt fünf jahren auf youtube eine story aus meiner jugend erzählt da habe ich beim spielen und beim graben zwei nachbargrundstücke wo ich wohne jetzt immer noch wohne urnen gefunden und grabbeigaben das war ein urnenfriedhof eben auch aus der jungsteinzeit und das war auch von dieser trichterbecherkultur und diese objekte sind sogar 7400 jahre alt gewesen also dieses hier soll 5000 jahre alt sein und eben vom teufel stamm ich habe mal video auf sylt gemacht muss ich auch noch erzählen da bin ich mein bild ein so sah das auf sylt aus dieses grab da soll ein riese begraben sein eben auch was heidnisch dämonisches ja was soll ich da sagen mein runter gerade gebellt ich musste da mal schneiden was soll ich da noch sagen weil man hier so lang wie groß das hier ist die älteste bildliche darstellung dieses grabes ich habe es mir vorhin angeguckt ein kupferstich ist von 17 oder 32 gewesen von so einem lokalen historiker oder künstler ein kupferstich er hat das hier dann mal angefertigt als bildchen und im hintergrund selbstverständlich eine christliche kirche abgebildet die man übrigens nicht sehen kann die hat er sich wohl oft gedacht vielleicht steht so irgendwo hinter den bäumen ich kenne mich im kreis borken nicht so aus ja damit sage ich mal möge mich der teufel hier auf die teufel steinen verschonen denn ich muss noch durch den wald zurück zum auto und ich sag mal wie gefällt euch die spontane folge tschüss euer las auf den spuren des teufels gut und hier und hier sehen wir eins der hügelgräber die hier auch überall drum herum liegen sehr viele lea erkundigt ihn gerade so 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 so